Der Denker ist ein Gedanke Der Denker ist ein Gedanke ist ein Gedanke. Und dass der Denker schon was Gedachtes ist, wer kann sich das schon denken? Dass der Denker was Gedachtes ist, wer kann sich das erdenken? Denk doch mal, der Denker ist schon ein Gedanke. Denki, dinky, danke, denki, dinky, danke. Der Denker ist ein Gedanke, Gedanke, ja, Gedanke, 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 Gedanke. Der Denker ist schon ein Gedanke. Und dass der Denker gedacht wird, wer kann sich das denken? Dass der Denker gedacht ist, kannst du dir das denken? Du, Gedanke, Gedanken können nicht denken. Gedanken können nicht denken. Gedanken können nicht denken. Der Denker ist schon ein Gedanke. Gedanken können nicht denken. Denken, dass der Denker dankt, dem Denken, dass er denken kann er nicht. Denken kann er nicht. Kein Gedanke kann selber denken. Gedanken sind frei, eins, zwei, drei. Gedanken, Gedanken, am aber leben wir und dann haben wir noch ein Gedanke. Danke.